Menschen bewegen, Welt verändern, als Salz und Licht Hoffnungsgeschichten 100 Mal von Gott bewegt Ein Podcast der Allianz Mission Neuer Arbeitsbereich Region Digital Seit 2024 gibt es ein Einsatzland der Allianz Mission, das auf keiner Landkarte verzeichnet ist, weil es nicht geografisch begrenzt ist, die Region Digital Simon Dirks leitet sie und berichtet über Missionen in einer veränderten Welt Viel hat sich in den letzten sieben Jahren verändert In der Allianz Mission, wie auch in der Welt um uns herum Ein umfassender Organisationsentwicklungsprozess hat uns als Allianz Mission bewegt zum neuen Slogan Menschen bewegen, Welt verändern Wie zur Überarbeitung unserer Mission und Vision Neue Arbeitsbereiche und Einsatzländer sind hinzugekommen Strukturen wurden der veränderten Missionsrealität angepasst Im Prozess haben diverse Zusammensetzungen von Mitarbeitenden der Allianz Mission in unterschiedlichsten Formaten über die globale Zukunft von Mission allgemein und deren Bedeutung für die Allianz Mission nachgedacht Eine von vielen Erkenntnissen war und ist, Digitalisierung hat die Welt und damit auch die Formen christlichen Glaubens und globaler Mission verändert und wird das im kommenden Jahrzehnt noch viel mehr tun So kam die Entscheidung zustande, schon heute loszugehen und zu lernen, wie digitale Formen von Mission gelingen und was es braucht, digitale Missionarinnen und Missionare zu finden auszurüsten und in ihre digitalen Welten auszusenden Vieles passt hier nicht in vorhandene Schemata und so wurde ein eigenes Einsatzland daraus Die Region Digital Aktuell hat die Region vier Schwerpunkte Daniel Schönke und Christian Spierz haben mit Gaming und Mission die Vision, christliche Computerspieler zu befähigen in ihren digitalen Spielewelten und Communities evangelistisch Zeugnis zu sein Mit Rose de Jesus und Marie Rosalie sind die ersten zwei digitalen Missionarinnen der Allianz Mission in den sozialen Medien unterwegs Menschen zum Glauben an Jesus einzuladen Um die Gründung digitaler Gemeinden geht es im dritten Schwerpunkt und zuletzt beschäftigt sich die Region Digital mit Themen wie Mission und künstliche Intelligenz Chancen evangelistischer Podcast-Formate und entwickelt die Formate rund um die TV-Sendung Weltbeweger als Formen von Filmmissionen Dabei setzen wir ganz auf Netzwerke wo vorhanden gilt es zusammenzuarbeiten wie mit der Lausanner Bewegung ganz global Mainquest Ministries für Gamer The Church Digital für digitale Gemeinde oder Indigitus für digitale Formen von Mission Wo Netzwerke fehlen, gründen wir neue um digitale Mission gerade im deutschen Kontext voranzubringen So haben wir mit Digital Light Mission Deutsch Digitales Licht Mission ein Netzwerk für digitale Missionarinnen und Missionare gestartet Ebenso ist Cloudkirche als Netzwerk gestartet und verbindet digitale Gemeindegründungen und Gründende in Deutschland Weitere Netzwerke mögen folgen weitere Schwerpunkte und Missionare der Region Digital ebenso Durch Vorträge, Workshops und Seminare zum Beispiel bei ERF, Gott Digital, Publikon, Allianz Konferenz und der Lausanner Bewegung Deutschland versuchen wir, Möglichkeiten digitaler Mission in Deutschland sichtbarer zu machen Vieles entwickeln wir gerade erst So brauchen digitale Missionare andere Anstellungsmodelle und Begleitung als ihre analogen Kolleginnen und erstmals wird im November unser GEIR Seminar, das Berufungswochenende für Weltmissionen auch einen Track für digitale Missionare haben Bitte beten und spenden sie für die Mitarbeitenden und Missionarinnen und Missionare der Region digital Denn auf beides sind sie wie unsere analogen Missionare angewiesen und lassen sie sich mit hineinnehmen, wie Gott auch in digitalen Räumen Hoffnungsgeschichten schreibt und wie sie Teil davon sein können Simon Dirks ist Bereichsleiter der Region Digital Dieser Artikel wurde mit der Stimme von Simon Dirks und der Hilfe von Künstlicher Intelligenz vertont Lesen und ermöglichen Sie weitere Hoffnungsgeschichten unter allianzmission.de slash hoffnungsgeschichten